Ich werde euch heute das Animationsprogramm Styx vorstellen. Das ist kostenfrei und hier könnt ihr euch das downloaden unter www.styx.net. Dann geht ihr hier zu Downloads, Windows, Download Now, dann wird das runtergeladen. Wenn das runtergeladen ist, öffnet ihr diese Excel-Datei durch Doppelklick und folgt den Angaben hier in dem Fenster. Next. Das ist der Ort, wo es hingespeichert wird. Next. 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 Create a Desktop-Icon kann man machen. Da seht ihr das dann gleich auf dem Desktop. Next. Und ihr müsstet jetzt noch zum Schluss installieren. So, hier ist dann das Icon auf eurem Desktop. Und ein dazugehöriger Ordner. Und in dem Ordner sind Unterordner, Animations. Da kommen die Animationen hin, die ihr euch baut. Library, das ist die Bibliothek für eure Figuren. then geht's sichtbar. Then geht's accountable. Dann geht's just dalam ange мень���. Dann geht's replaced. beams Mist internacional. Und dann geht's weiter. Vielen Dank.